Willkommen zurück zu Danger Zocked Assassin's Creed Chronicles China Und wir klettern ja jetzt hier diesen Turm hoch So einmal drumherum nehme ich mal an So, direkt das Adlerauge anmachen Ich muss ja gucken, wie komme ich denn hier lang? Also der schaut nach unten Ah, da kann ich irgendwie durch Hier oben gibt es nichts weiter Außer diese Scherbe da Auch gleich mal auf der Karte gucken Okay, also So viel ist jetzt hier nicht Da oben ist nichts mehr So, also an dem komme ich irgendwie vorbei Ne, der guckt auch nach unten Kann ich denn nicht hier runter? Das wäre doch am besten Geht natürlich nicht Ja, das ist natürlich schwierig Ich müsste runter springen Sieht ihr mich, wenn ich hier dran hänge? Ah, guck mal, das geht Mal bis er sich umgedreht hat What? Das kriegt er mit? Das ist aber doof Ja, da muss ich mich aber jetzt Ja, das wusste ich nicht Aber ich hoffe mal, hier bin ich Sicherheit Äh, soll ich die Beine einziehen oder was? Oh, der guckt So, Bewegungsmuster So, Bewegungsmuster Also da kann ich hier rüberspringen Und den kann ich wahrscheinlich mit einem Attentat Ich weiß nicht, ob der sich hier oben in der Mitte umdreht Tu es nicht einfach Okay, dann muss ich nur auf den, ja Aber der guckt glaube ich nie weg Kann das sein? Der guckt einmal kurz nach hinten Habe ich das Gefühl Hä, ah, warte mal hier vorne Alles klar, easy going Haha Oder auch nicht Mal gucken, wie lange, ne Kennen wir ja Nein, der hat mich getroffen Aber gut, das zählt noch So Muss ich bloß immer ausweichen hier Nein, nein, nein Oh Was für ein behindertes Katze-Maus-Spiel, ey Eigentlich kann er ja nicht schräg hier nach vorne gucken Er muss erst in die Richtung gehen Boah Heftig Ah, jetzt guckt er auch da runter Ah, die sind vom Neuen Von Neuem alarmiert Höh, wo bin ich denn jetzt? Er sieht doch nicht gesund aus Okay Boah Da hat man gerade gesehen, wie es noch gewackelt hat gerade Ich weiß nicht, ob der hier runter schaut Ja, du sollst doch da hoch Ah, da hinten ist noch einer Und die da oben, die unterhalten sich auch nicht mehr Boah Da muss ich aufpassen Ihr könnt, guckt er hoch da unten Oder kann ich die mit dem Attentat killen So, ducken Okay So, jetzt ist nur Komm ich jetzt da hoch? Äh, muss ich da hinten hin? Ne, warte mal Da bin ich ja hergekommen Das muss ja schon irgendwie Ah, hier an die Decke Okay, das geht schon mal Jetzt nur wüsste, wie das ging Sieht er die Leiche nicht da unten? Ich geh erst mal hier hin So, wie war denn das? Oh, ich hab das vergessen Ah, alles klar Äh, hab das I got it Wie ist es jetzt am besten? Ah, Moment mal Ich kann ja auch hier vorne dran Da, wo es rot ist Genau so Ich hab schon wieder überlegt Wie komm ich an den beiden da oben vorbei Ohne irgendwas einzusetzen Wie so ein Knallfrosch oder so Und dann zu kämpfen Mal ein bisschen mehr Geduld Und die Maps mal anschauen Okay, jetzt nicht Wenn die quatschen, auf jeden Fall Los Diss ihn mal Ja, ich wurde zweimal entdeckt Das war ein bisschen doof Einmal, dass da die Beine So weit rausgeschaut haben Und dann, dass er da wieder Ne, typisch Steuerung Wo geht's denn da rein? Da muss ich doch nicht hin, oder? Ich muss doch hier hoch Nehme ich mal an Okay, aber Ich guck mal, ob ich da rein kann Ah, tatsächlich Cool Aber da ist nichts Hä? Warte mal Zeig mal das Äh, hätte ich doch da lang gekonnt Ne, warte mal Von wo bin ich gekommen? Oder ging die Tür später erst auf? Tatsächlich, oder? Das hätte ich mir alles sparen können Aber ich glaub, das war vorher doch nicht auf Ey, das war doch zu einfach gewesen Oder bin ich da nicht sogar durch? Und dann hier runter? Und dann musste ich eben Ach, ich hab keine Ahnung Ist mir auch jetzt erstmal egal Ich weiß, wo's weitergeht Und hier ist wirklich nichts mehr übrig Okay Dann jetzt mal hier rein Oh Wieder so ein Sklave Was geht denn hier ab? Ne, da kann ich nicht Ich muss erstmal rein Kann ich doch sicherlich auch nicht lautlos befreien Da geht es doch irgendwie Kann ich mich hier unten dran hangeln? Das seh ich jetzt schon gar nicht mehr Glaube aber auch bald nicht Aber da unter dem Sklaven kann ich mich lang hangeln Unter dem Typen selber hier aber nicht Beim Sklaven geht's Da guckt er hoch Ja komm, also Einfach pfeifen Ne, pfeifen ist vielleicht ein bisschen blöd Ah ja, diese Das war nur diese Sound-Pfeile Boah, die müsste ich nur irgendwie hier hinten hin Schießen können Dass er sich umdreht Ja, genau so Matsch Jawoll So Jetzt ab nach Hause mit dir Hab doch gesagt, sollst ein Bett bleiben Hä? Was denn jetzt? Ach, warte mal Adlerauge? Ne Schatzkarte Das war nur Nebenmission Wo muss ich dann jetzt hin? Vielleicht war dieses Dieser Durchgang, damit ich zurückkomme Das sah auch komisch aus So, da dürfte ja hier oben nichts Passieren Alles klar Alles klar, ich muss dann hier hinten rein Weil hier kommen sie nicht hoch Die Assassinen Und Ah, nicht direkt Ah, wo geht's denn jetzt lang? Kann ich das denn auf der Karte irgendwie umdrehen hier? Nö Oder War ich hier vorhin noch nicht? Ach, nee, warte Ich bin noch ein Stückchen weiter unten Hier Genau Von da bin ich gekommen Beim letzten Mal Boah, was willst denn du? Und du Geh doch nach Hause Boah, jetzt muss ich mir wieder was ausdenken Hier Was blöde ist Ja, ist nur ein Verstärkungsgebiet Hinter Säulen Ah, guck mal Nein Oh, hier unten kann die sich festhalten Aber ich will mal ein bisschen mehr Platz haben Na, komm da mal rein Kann doch nicht hier hochgucken, oder? Ah, ja, da ist sie wieder einmal zu weit aus der Säule rausgegangen Aus dem Versteck Halt Hast es Hast es Komm Hau, piss dich Keine Ahnung, ob der jetzt hier rausschaut nochmal So nach dem Motto Ey, der ist blib Und ich guck lieber nochmal nach Ich glaub die sind jetzt hier alarmiert Blöderweise Wie komm ich denn dann jetzt hier vorbei? Wenn er sich umdreht Hinter die Säule Aber dann ist der andere da Ja, geil Warte mal, ein Attentat hier Geht das? Es geht nicht Ach, da stand's gerade oben, aber es ging trotzdem nicht Der kommt gar nicht bis hier hinten hin Aber warte mal, wenn der andere dann weiter nach links geht, dürfte es doch klappen, sich hinter die Säule zu verstecken Ne Oh Ja, okay Er deckt zwar, aber immerhin weg, der Idiot So ging das nicht er Wieso laufen die plötzlich? Hä, Leiche gefunden Achso Ich dachte schon, er hätte mich gefunden Wie grün das da unten am Wasser ist Was ist denn das? Warum ist das grün? Ey, gucken die hier vorne auch mit? Die da draußen sind? Wäre ja schlecht Also so An dem komm ich schon vorbei, denke ich Wenn er nicht da reingucken kann An die Säule Ah, so weit geht er gar nicht Sehr gut Das war nur der andere So, und wie war das denn jetzt hier mit Von da nach da? Genau so wollte ich es ja gerade auch machen Dann dachte ich wieder, sie hätte nicht reagiert Oh, warte mal Hier hinten muss ich erstmal gucken Da ist aber keiner So Jetzt warte ich, bis der zurückkommt Dann kann ich hier hoch Was gibt's denn hier eigentlich? Das ist Ah, eine Scherbe Noch eine Oh, ich muss hier ganz hoch auf den Turm Das ist der Endkampf Ich hab keine Ahnung, wie lange das Spiel noch geht Ja, komm Ganz raus aus dem Versteck Ja, da ist hier so ein Glockenspiel So, das schafft ihr sicherlich nicht bis darüber Oh, als muss ich einen ablenken irgendwie Na, ein ablenken, aber Am besten einen komplett Ja, geht das? Also einen nach hier ablenken Nur ihn Und den anderen Mit dem Zilf hierher locken Und dann die Leiche holen Oh Oh Nee, das nicht Erstmal hier ein Stück weiter rüber Dass ich die Leiche, weil er zieht sie ja nicht runter Dann da drin verstecken kann Boah, das Glockenspiel? Nee, das ist ja kein Vogel Müsst du eigentlich Ich glaube, das ging nicht schnell genug Guck bloß nicht hier Nein Ah, wie geil, ne? Ah, wie geil nicht